Wir wollen uns in diesem Video mit der Methanbildung oder der Biogasbildung beschäftigen. Der Überbegriff ist die Biogasherstellung oder Entstehung. Fangen wir an, wenn wir uns zunächst mit der Frage beschäftigen, wie erfolgt der Abbau von Biomasse. Da gibt es zwei Wege, die wir kennen. Das eine ist der Aerobeabbau. Das bedeutet Untersauerstoffzufuhr. Was wir nun wollen, ist uns ansehen, wie ist jetzt die Stychometrie, also die Reaktionsgleichung, wenn wir jetzt Zucker, also Glucose, das heißt C6H12O6, das ist Glucose. Pflanzenbestandteil, wenn wir den nun umwandeln, abbauen, wenn wir nun, was wir noch brauchen, Sauerstoff und zwar sechs Anteile Sauerstoff. Und das führt dann dazu, dass dabei Kohlendioxid, CO2 entsteht und Wasser. Und dabei entstehen knapp 3000 Kilojoule pro Mol Wärme. Also genau wie gesagt, 2875 Kilojoule pro Mol Wärme. Bei der aeroben Abbau dieser Biomasse, das ist im Prinzip die Kompostierung. Das kennen wir jetzt vom Komposthauf, ob das jetzt zu Hause im Garten ist oder auf einem Bauernhof, kennt man das ja auch. Dabei entsteht einfach Wärme, dieser Kompost wird warm, man sieht das manchmal im Winter, dass da dann so ein bisschen Wasserdampf zu sehen ist, weil da einfach im Inneren warm ist. Der zweite Weg, also wenn wir jetzt die Aerobe haben, ist dann die Aerobe. Das heißt, dort haben wir jetzt unter Sauerstoff Ausschluss, das ist entscheidend, dass wir dort keinen Sauerstoff zuführen, sondern diesen Prozess ohne Sauerstoff ablaufen lassen. Das heißt, wir haben wieder unsere Glucose, C6H12O6 und dabei entstehen nun drei Anteile CO2. Dann das, was uns eigentlich interessiert, das Methan, Ca4. Hier haben wir dann das Methan. Das ist im Prinzip wie Erdgas, das ist ja auch dann fossiles Methan, das ist jetzt hier Biomethan. Und wir haben auch hier leichte Wärmeverluste, aber nur noch 132 Kilojoule pro Mol. Das heißt also, was ist der Vorteil dieses anaeroben Biomasseabbaus? Es entsteht Methan, das ist das Entscheidende. Wir haben geringere Wärmeverluste im Vergleich zu dem Kompostierungsprozess. Und wir haben eine größere, das heißt eine höhere Energieeffizienz in unserem Prozess. Das ist ganz entscheidend. Also Ziel muss es jetzt sein, wenn wir Biogas erzeugen wollen, dass wir jetzt einen Prozess haben in einem Fermenter unter Ausschluss von Sauerstoff. Was müssen wir jetzt dazu machen? Erstmal ganz grundsätzlich nochmal den übergeordneten Prozessablauf von der Frischmasse. Abgekürzt häufig mit FM. Die teilt sich auf in zwei Bestandteile, nämlich einmal die Trockensubstanz oder Trockenmasse manchmal auch. Trockensubstanz. Abgekürzt mit TS. Und wir haben dann natürlich immer einen Wasseranteil, H2O, der tatsächlich stark von der Pflanze abhängt. Also es gibt Pflanzen, die sind sehr wasserhaltig, Pflanzen, die sind nicht ganz so wasserhaltig. Das muss man entsprechend berücksichtigen, dass ihr also diese Frischmasse aufteilt in diese zwei Bestandteile, Trockenmasse und Wasser. Aus der Trockensubstanz, auch das teilen wir nochmal auf. Einmal in die Asche. Das heißt, es sind alle Stoffe, die wir nicht weiter verwerten können, die also nicht organisch sind. Und wir haben die organische Trockensubstanz. Organische Trockensubstanz. Abgekürzt mit OTS, das heißt, die bleibt übrig. Auch da haben wir jetzt nochmal eine Unterteilung in nicht nutzbare organische Trockensubstanz. Und in fermentierbare organische Trockensubstanz. Von dieser fermentierbaren organischen Trockensubstanz, also abgekünstlert mit FOTS, haben wir nochmal einen Anteil an nutzbarer und unnutzbarer Trockensubstanz. Oder manchmal wird das dann auch noch mit Trockenmasse bezeichnet. Das heißt, wir haben hier also einmal die ungenutzte, wir können nicht alles umsetzen, ungenutzte. Und dann haben wir hier die genutzte. FOTS, fermentierbare organische Trockensubstanz. Die teilt sich dann auch nochmal auf in Mikroorganismen, die wir nicht brauchen können in unserem Prozess. Mikroorganismen. Und was hierbei dann noch entsteht in diesem Prozess, das ist dann das Methan. Also CH4. Das heißt, dieser Weg hier von der Frischmasse über die Trockensubstanz, daraus dann der Anteil der organischen Trockensubstanz. Davon haben wir nun den Anteil der fermentierbaren organischen Trockensubstanz. Wir haben davon wieder einen Anteil, den wir nutzen können. Und daraus entsteht am Ende das Methan oder Biogas, was wir nutzen können. Neben den weiteren Abfallstoffen, die wir noch haben, auch niemand rot, ist halt die Asche. Asche, wir haben die organischen Gärreste. Und das ist dann quasi dieser Teil hier. Und wir haben dann hier auf der Seite noch das Wasser, was dann als Substrat oder als Produkt noch entsteht in diesem Ablauf. Wie ist jetzt die Abfolge bei dem anaeroben Abbau von organischem Material zu Methan? Das ist ein vierstufiger Prozess. Schauen wir uns den nochmal an, wie der funktioniert. Im Fermenter anerober Abbau von organischem Material zu Methan oder Biogas. Also CH4. Wir starten im ersten Schritt mit organischem Material. Das haben wir uns ja gerade schon angesehen. Also Zellulose, Lipide, Proteine, Stärke. Die werden jetzt überführt in einem ersten Prozess in sogenannte lösliche Monomere und kurze Oligomere. Schauen wir uns nochmal auf hier, was da passiert. Und dann gucken wir uns den Schritt an, der dafür verantwortlich ist. Also das sind dann lösliche Monomere und kurze Oligomere. Also das sind jetzt Aminosäuren, Zucker, Fettsäuren. Das ist so das, was da passiert. Schauen wir uns mal auf. Das sind also Aminosäuren. Das ist Zucker. Und das sind Fettsäuren. Diesen ersten Prozess, das ist die sogenannte Hydrolyse. Und das erfolgt in einem Gärer. Das ist also ein Bestandteil unseres Fermentationsprozesses. Wir machen dann hier raus im nächsten Schritt Säuren. Also wir haben dann Fettsäuren, Milchsäure und Alkohole, die entstehen. Das ist dann die sogenannte Acidogenese. Acidogenese, also die Entstehung von Säuren, von Acid, Acidogenese, als zweiten Prozess. Wir haben dann ebenfalls, das ist auch noch ein Prozess, der ebenfalls im Gärprozess ist. Als nächstes entsteht jetzt Acidogenese, also ein Essigsäureester, der durch acetogene Bakterien entsteht. Das heißt, dieser Prozess, dieser dritte Schritt, das war jetzt ja Schritt 1, hier haben wir Schritt 2, wir sind jetzt gerade bei Schritt 3. Das heißt, die Entstehung von Acidat, das ist die Acidogenese. Das heißt, wir kriegen den Essigsäureester. So, und dann haben wir im letzten Schritt, Schritt 4, entsteht dann unser Methan. Und es entsteht Kohlendioxid in diesem Prozess. Und dieser letzte Prozess, die Methanogenese, sorgt also, dann sorgen die Mikroorganismen dann dafür, dass es dort zu einer entsprechenden Umwandlung kommt, dass wir dann am Ende das Methan erhalten als unseren Stoff, den wir gerne hätten. Man kann sich jetzt die Biogasproduktion nach einem Modell berechnen von Buswell und Müller aus den 1950er Jahren, die sich damit beschäftigt haben. Und das will ich hier an der Stelle auch nochmal einmal darstellen, um mal diese chemischen Prozesse im Hintergrund zu haben. Wir haben also das Potenzial der Biogasproduktion oder Methanproduktion. Das ist jetzt ein, ja, schon vereinfachendes Modell nach Buswell und Müller. Müller aus dem Jahre 1952. Und zwar kann man sagen, wenn ich jetzt also einen Kohlenwasserstoff habe, also CHO, mit den, nicht 4, sondern C. Das heißt, ich habe jetzt hier jeweils in der Stychometrie A, B, C als den Bestandteil von Kohlenstoff. Das sind A Anteile Kohlenstoff, B Anteile Wasserstoff, C Anteile Sauerstoff. Also wir haben gerade C6, H12, O6. Was ich da dann noch brauche, teilweise, ist Wasser. Ich mache jetzt wieder eine Gleichung, die man jetzt natürlich nicht auswendig lernt, sondern merkt, wo die stehen. Also A minus B Viertel minus C halbe Anteile an Wasser. Und daraus entsteht jetzt Methan, CH4, und zwar A halbe. Das heißt, die Hälfte wird umgewandelt in das Methan. Und dann haben wir hier B Achtel minus C Viertel Methan, CH4. Und es entsteht auch noch Kohlendioxid. Das ist die zweite Hälfte. Minus B Achtel plus C4. Das ist halt das, was dann um das Kohlendioxid geht. Und über diese Stychometrie, das heißt, wenn wir jetzt hier das A haben, wir kennen also die Anteile an Kohlenstoff. Wir wissen jetzt hier, wie sieht es mit dem Wasserstoff aus. Und wir haben dann hier in gelb machen wir immer das C. Also die Anteile an Sauerstoff. Kann man über diese empirische Gleichung abschätzen, wie groß jetzt der Methangehalt ist im Biogas, wenn man jetzt Glucose zum Beispiel verwendet, also C6H12O6. Das können wir jetzt mal einmal machen, wie das jetzt also aussieht mit C6H12O6. Wie sich dann hier diese Stychometrie entsprechend darstellt. Das will ich jetzt hier tatsächlich an der Stelle aber nicht vorführen. Ich glaube, das ist relativ klar. Wie sind jetzt unsere Bedingungen in einem Fermenter? Wir haben uns ja hier gesagt, dieser anaerobe Abbau von organischem Material. Das heißt, wie funktioniert das jetzt? Wie sieht unser Fermenter aus? An sich ist das ein relativ einfacher Aufbau. Wenn man sich hier unsere Ummantelung, in die wir jetzt unsere Biomasse eingeben, die ist auch noch isoliert, damit wir halt hier natürlich, weil es eine Wärmeabgabe ist, die Mikroorganismen auch Wärme brauchen. Wir werden natürlich dafür sorgen müssen, dass jetzt hier in diesem Fermenter angenehme Lebensbedingungen sind für unsere Bioorganismen. Wir haben halt hier oben noch ein Gasspeicher, das ist ja diese klassische, machen Sie ruhig in grün, weil die meistens grün ist, diese dunkelgrüne Haube über diesen Fermenter. Das heißt, hier oben sammelt sich dann das Gas. Hier ist also der Gasspeicher. Ich habe jetzt hier drin in dem Fermenter meinen Substrat, den ich hier über eine Zuführung, kann ich jetzt hier das Substrat zuführen. Ich habe natürlich ein Rührwerk, um mein Substrat zu durchmischen. Es ist ja feucht. Man hat hier unten dann auch noch, ich mache das in einer anderen Farbe, noch so einen Bodenräumer, weil Sie natürlich auf dem Boden dann natürlich Feststoffe absetzen. Die müssen natürlich entsprechend dann abgezogen werden, dass man dann hier das Sediment abzieht. Sedimentabzug. Und wir haben dann sicher auf der rechten Seite dann auch noch einen Substrat-Austrag, den wir dann hier entsprechend berücksichtigen müssen, dass wir natürlich unser Substrat entsprechend wieder entnehmen können. Und dann entsteht hier oben, wenn man hier oben noch eine Fermenter-Decke, die also dann natürlich den Fermenter schützt. Und da drüber dann entsprechend das Gas, was dann hier entsteht durch diesen vierstufigen Prozess, den wir uns hier gerade angesehen haben. Das lässt sich darüber dann beschreiben. Jetzt brauchen wir bestimmte Bedingungen hier in diesem Fermenter, damit dieser Prozess vernünftig läuft. Also das ist jetzt hier der Fermenter. Und da gibt es jetzt ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Wir haben also einmal den Aspekt der Nährstoffversorgung. Das heißt, wir müssen die Mikroorganismen mit Schwefel, Schickstoff, Phosphor und Spurenelementen versorgen, damit dieser Umwandlungsprozess hier vonstatten geht. Wir brauchen tatsächlich auch einen angepassten pH-Wert. Und zwar muss dieser pH-Wert also im schwach-sauren Bereich und im neutralen pH-Bereich sein. Das macht die Sache jetzt etwas komplizierter. Und zwar haben wir für die Hydrolyse und für die Acetogenese, also diese ersten beiden Schritte, brauchen wir einen schwach-sauren Bereich. Also ich mache das erstmal hier mit 1 und Schritt 2. Haben wir also schwach-sauer. pH von 4,5 bis 6,3. Schwach-sauer. Und Schritt 3 und 4, diese Mikroorganismen sind natürlich etwas andere, also die Acetogenese und die Methanbildung, im Bereich pH von 6,8 bis 7,5, also im neutralen Bereich. Und das ist natürlich eine Sache, die müssen wir berücksichtigen, weil wir jetzt ja keine getrennten Prozesse haben, dass wir halt den pH-Wert entsprechend anpassen. Dritter Aspekt ist dann noch die Temperatur. Fügen wir die noch hier unten hinzu. Da gibt es also drei Arten, die psychophile, die mesophile und die thermophile Temperatur. Tatsächlich will ich jetzt hier an der Stelle nur die mesophile Temperatur angeben, weil das der Temperaturbereich ist, den man normalerweise hat. Also es sind 32 bis 42 Grad Celsius in unserem Fermenter. Und dort haben wir dann also eine mittlere Gasausbeute. Der Regelungsaufwand für unseren Gesamtprozess hier ist eigentlich ganz gut. Das kann man ganz gut regeln. Ist die Temperatur zu niedrig? Brauchen wir natürlich keine Heizung, die das Substrat aufheizt. Wir brauchen auch keine strenge Prozessüberwachung. Ist die Temperatur zu hoch? Also kommen wir hier in den thermophilen Bereich, haben wir eine deutlich höhere Gasausbeute. Aber der Regelungsaufwand ist sehr hoch. Wir müssen die entsprechenden Maßnahmen bereitstellen, um das hier zu dämmen. Wir müssen Temperaturschwankungen vermeiden, weil die dann dazu führen, dass dieser Prozess, den wir hier sehen, gestört wird. Deswegen ist dieser Mesophil-Temperaturbereich tatsächlich der, den man versucht zu erreichen, weil es ein guter Kompromiss ist zwischen der Gasausbeute und dem Regelungsaufwand. Das heißt, das ist jetzt so das Grundprinzip unserer Fermentierung. Wie bekommen wir am Ende unser Methan aus dem Prozess, aus der Anaeroben, also dem Ausschluss von Sauerstoff, diesem anaeroben vierstufigen Prozess, um am Ende dann Biogas zu produzieren.